Jede Immobilie ist einzigartig und oft mit vielen Erinnerungen verbunden. Aber irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, an dem man sich von ihr trennen möchte. Heutzutage gibt es bereits viele Möglichkeiten, seine Immobilie zu vermarkten. Aber zeitnah den richtigen Käufer und den besten Marktpreis zu finden, bleibt eine große Herausforderung. DAVE, das digitale Angebotsverfahren, bietet hier die Lösung. DAVE macht den gesamten Angebotsprozess transparenter, sicherer und schneller und erzielt so den besten Marktpreis. Und so funktioniert's. Die kompetente Beratung und die Besichtigung der Immobilie mit dem Makler bleiben wie gewohnt. Aber der Makler kann danach jederzeit und von überall aus neue Interessenten einladen und erreichen. Der Interessent wiederum erhält dann per E-Mail und SMS seine persönliche Einladung und kann mühelos von jedem Ort aus alle Objektunterlagen einsehen und sein individuelles Angebot abgeben. Darüber hinaus ist DAVE 100% transparent und fair. Alle Interessenten werden direkt über neue Gebote informiert und erhalten so bis zum Schluss die Möglichkeit, ihr bestes Angebot abzugeben. DAVE ist ebenfalls 100% sicher, da alles digital dokumentiert und jedes Angebot mit einer persönlichen SMS-TAN bestätigt wird. Nach Ende des digitalen Angebotsverfahrens erhält der Verkäufer automatisch eine Übersicht aller eingegangenen Angebote und kann in Ruhe seine Verkaufsentscheidung treffen und den besten Käufer auswählen. DAVE 100% transparent, sicher und fair. Nutzen auch Sie die Vorteile des neuen digitalen Angebotsverfahrens und erzielen Sie so den besten Marktpreis in kürzester Zeit. DAVE gibt es nur bei Remax.